Vielen Dank für's Zuschauen! Das Bürogebäude haben wir da gemacht. Die sind jetzt auch hier schon am wachsen. Prima. Da ist irgendwo ein Haus, was nicht so schick aussieht. Das machen wir mal weg. Denk ich mal. Das jingelt wieder irgendwo. Der muss weg. Haben wir noch mehr, die weg müssen? Wahrscheinlich hier hinten. Oh, was ist hier los? Oh, Abwasserprobleme. Warum haben wir da Abwasserprobleme? Hatten wir doch letztes Mal in Ordnung gebracht, oder? Was vertue ich mich da? Nee, doch noch nicht. Da müssen wir noch irgendwas mehr machen. Das hatten wir aber hier unten eigentlich, oder? Wo war das jetzt? Ich muss wieder rauszoomen. Da hatten wir doch letztes Mal... Ach, das ist gar nicht irgendwie angeschlossen. Deswegen... Ah, ja. So, jetzt sollte das funktionieren, ne? Gut, okay. Läuft's. Sieht so aus. Vielleicht kommt die Gülle da raus. Da ist sie. Und jetzt sollte das hier auch wieder besser werden, oder? Oh, guck mal, ganzes Ecke besser. Gut, wunderbar. Jetzt können wir gerade mal hier reingucken. Welche Probleme hatten wir? Ach so, lass uns erst mal hier mit dem Bulldozer weitermachen. Den Bulldozer hat er wohl gerade nicht angenommen, ne? So, jetzt aber. Das will abgerissen werden. Und das wohl auch. Da oben muss auch noch eins weg. Hier haben wir auch noch Müllproblemen, so wie man sieht. Und das auch noch weg. Da oben fehlen noch Arbeiter. Wieder Ungebildete. Oh, guck mal, hier wird auch schön verladen. Das funktioniert gut. Wie sieht's denn hier mit Gebieten in der Nachbarschaft aus? Na, ich glaub, da machen wir mal... Ne, das machen wir da nicht hin. Gelbes wollte ich haben. Industriegebiete. Und da auch noch. Ich denke, das gleiche gilt auch für diese Seite. So, und dann machen wir hier vielleicht noch ein paar Bürokomplexe zwischen. Freuen die sich auch alle, ne? Hier können wir ein paar kleinere machen noch. Geht auch noch was? Nein. Haben wir's, oder? Ja. So, was macht denn unser Bahnhof? Können wir ja mal angucken, oder? Achso, eine Linie fehlt da noch, ne? Sonst funktioniert das auch nicht, ne? Äh. So. Das war jetzt hier Bahnhof. Aha, warte mal, hier haben wir mal ein Güterbahnhof und da unten haben wir einen Personenbahnhof, oder? Ich glaub, da können wir schlecht was verbinden, ne? Hm. Schiene ist klar. Und das geht's um die Zuglinie. Aber die bringt mir ja jetzt dann nichts. Weil ich hier... Weil ich hier... Tja. ...Personenzug habe und da oben nicht. So, unser Gebiet ist hier. Wo war die Zuglinie? Ging hier östlich weiter rüber, genau. Was würde dir dann bedeuten, dass man vielleicht hier irgendwo noch was macht? Hm. Hier diese große Straße, die bauen wir da rüber, ne? Denk ich mal so. Und... Ach, das geht jetzt nicht, oder was? Das ist zu nah dran, ne? Super. Das bedeutet, wir müssen das nochmal abreißen, ein Stück. Machen wir kein Ding. So. So. Und so. Weiter rechts rüber gerückt. Ja, da... Machen wir das ein bisschen weiter nördlich noch hin. So, dann ist da erstmal Sabbat. Und dort setzen wir einen Bahnhof noch hin. Für... Personen. Einfach ein Bahnhof, genau. Da fuhr gerade einer. Und... 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 Den machen wir hier hin. Und die Schienen... Machen wir... Hier so hin. Warum funktioniert das irgendwie immer nicht. Nee, das ist doof. So ist schick, oder? Da jetzt gerade drauf zu. Das will er nicht. Das geht auch nicht, also geht's nur so. Auch schön, ne? So, da. Zweiter Zug. Irgendwie ist es das nicht. Dann ist es das wahrscheinlich so, oder? Wieso muss das so komisch da drauf? Sag mal. Naja. Machen wir es so erst. Irgendwie parallel gleich, ne? Villa. So, Wasser wollen die auch haben. Dann gehen wir doch mal mit dem Wasser hier rüber. Dann gehen wir mit dem Wasser hier so hin. Und dann da lang. Machen wir jetzt mal nicht so, sondern machen das einfach so. Dann ist der erst mal erschlossen. Aber auch nur mit Wasser, ne? Ist klar. So. Wie kriegen wir das denn mit den Straßen hin? Dass wir hier mehr hinkriegen. Ich denke mal hier so. Warte mal, dann machen wir jetzt diesmal das Richtige hier. Das will ich jetzt nicht. Ich möchte das. Und möchte hier. Ne, das funktioniert so nicht. Dann, dann die Straße. Komm, das machen wir noch ein Stück länger und fertig. So, und dann gerade ein paar Querstraßen hin. Ach, das könnte ja, wenn es gehen würde, geht es. Machen wir nochmal hier. Das geht da nicht, also muss es da hin. Und das lassen wir erstmal so. Andere Seite das gleiche hier hin. So. Ach, können wir einfach hier gerade durchziehen mal. Bis da so hin. Und dann hier. Und dann hätte ich gerne hier noch eine gehabt. Aber die machen wir auch so mit der Kurve. Kriegen wir dann so hin, ne? Ja, zeigt er das Blau an und funktioniert dann nicht. Auch schön, ne? Da ist wahrscheinlich direkt eine Säule im Weg. Ja, das ist doch passend. Äh, gerade Strecke. Bis noch da. Später vielleicht noch darüber, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Aber das ist erstmal ein Stück weiter. Dann, äh, machen wir hier ein bisschen Industrie noch hin erstmal. Oder? Ja, da. Machen wir Industrie hin. Auf der Seite genauso. Da fehlt Wasser, sehe ich schon. Okay. Das passt. So, und dann müssen wir noch ein paar Gebiete haben, dass es da wird. Äh. Gewerbegebiet. Da, da. Da auch noch. Da noch. Ne, dann machen wir hier noch so ein paar schöne Grundstücke am Rand. Gucken, ob das was wird, weiß ich nicht. Und da machen wir die Großen hin. Sieht jetzt nicht so doll aus. Aber vielleicht möchte da doch noch einer wohnen, ne? Gut. Da drüben wird schon was gebaut. Haben wir denn da gerade schon was gemacht? Weiß ich gar nicht. Ach ja, doch. Ne, komm, jetzt steigt. Jetzt müssen wir hier nur einen Anschluss kriegen, ne? Hm. Ja, Strom ist ein bisschen schwach. Entschuldigung. Kriegen wir jetzt nichts hin. Hier wird aber, wächst überall was. Das ist ja schon mal was. Okay, immer mehr, immer mehr. Aber es zieht sich nicht über die Autobahn rüber. Das wird unser Problem werden, ne? Ah, da kommt sogar ein Industriestandort hin. Kann sein, dass wir dann eine Überlandleitung machen müssen, dass das klappt. Okay. Hier unten fährt es, wie gesagt, überall an Strom. Hier wächst aber was. Lass uns mal schnell hier drüben noch was machen. Vielleicht klappt es dann noch. Ja, Strom. Ich sehe schon, da hinten ist wieder Strom schlecht. Da ist wenig Arbeiter. Hier sind sie doch alle am Leben hier, die keine Ausbildung haben. Und Strom. Strom, Strom, Strom. Ja. Müllwerke haben wir auch. Okay, da müssen wir vielleicht gerade erst mal gucken, was die Müllberge machen, ne? Entleerung. Gebäude leert sich. 100% voll. Müssen wir leeren. Im normalen Betrieb. Gebäude leert sich. Passt. Was macht der hier? Voll. Soll so auch entleert werden. Hm, das ist nicht gut. Hier unten haben wir auch noch eine. Entleerung. Entleerung. 65% voll. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir erst mal wieder aufnehmen, die Arbeiten da. Dass der Müll von der Straße kommt. Oh, hier. Sieht's ja richtig prickelnd aus, ne? Ja. Da sind alle weg. Was war das? Bürogebäude? Ich weiß gar nicht. Der Leerstand beruht auf Strommangel. Hier unten noch was hingeht hat. Zack. Gut. Sollte wieder besser werden mit dem Strom. Aber sind immer noch so ein paar Gebäude, die wir abreißen müssen. Hm, hier ist auch was. Das ist weg. Hier oben ist Müll und hier oben haben wir den Strommangel, ne? So, das passt wieder. Hier in dem Industriegebiet haben wir immer noch Probleme mit den Arbeitern. So, da ist noch eins. Wie sieht's hier aus? Oh, der Stromanschluss ist hergestellt, richtig? Ja, Glück gehabt. Dieses eine Haus ist ein maßgebendes Haus. Gut, okay. Dann können wir jetzt hier aber gerade eine Linie einrichten, ne? Das müsste ja hier sein. und da unten. Da hin. Und dann wieder da hoch, oder? Schließen. So, sollte laufen. Bin ich guter Hoffnung. So, da gibt's Wassermangel. Da kümmern wir uns jetzt noch grad schnell drum. Und zwar... Und zwar... So. Okay, aber... Dann würde ich sagen, soll's für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.